Illuminati You'll never take control Your new world order Will lead to none at all We all shall Jack McClane war der höchst dekorierte Polizist in Phoenix, Arizona. Und durch seinen Kampf gegen Drogenhändler ist er in Polizeikreisen fast schon zu einer Legende geworden. Vor ungefähr 10 Jahren wurde es Jack bewusst, dass seine Arbeit in der Polizei von oben eingeschränkt wurde. Statt die Bevölkerung vor Kriminellen zu schützen, wurde er mehr und mehr gegen die Bevölkerung eingesetzt, um ein korruptes politisches System zu schützen. Jack McClane forschte nach und stellte fest, dass die Elite die Polizei benutzt, um Kriminelle zu schützen und politische Exekutionen auszuführen. Die Bevölkerung soll Angst und Bange vor der steigenden Kriminalität bekommen, sodass die Politiker ungehindert drakonische Gesetze einführen und damit gleichzeitig einen Polizeistaat kreieren können. Als er dann eine innerpolizeiliche Organisation formte, um gegen die Pläne der neuen Weltordnung zu kämpfen, wurde er plötzlich zu dem am meist gefeuerten Polizisten in Amerika. Seit 10 Jahren nun fliegt Jack McClane durch die Welt und leitet Seminare, um die Zivilbevölkerung vor der neuen Weltordnung zu warnen. Polizisten und Soldaten will follow all orders that they're given. There is nothing that they cannot be made to do to their own people. Now in America, I remember when I first became a police officer. It seems so few years ago. It was 20 years ago. And we used to sit and watch the television set. And we would see East German police machine gunning women and children as they tried to climb to freedom. And it would break our hearts as our police, my fellow officers, would sit there and see and the tears would almost come into our eyes. And we'd say, how is this possible that the police of a country could be made to shoot their own countrymen? How is this possible? And we didn't understand it, folks. We didn't understand it. That's 20 years ago. But today in America, we're shooting women and children. We're burning churches. We're killing hundreds of people. My brothers and sisters in uniform. And they're saying it's okay because there's something called politically incorrect people. It's people that are not going along with the program, that are a danger to America. We're taught, we're brainwashed that it's the people that are fighting the new world order and fighting control over the people so that they can end the drug and crime problem. These people that are standing up wanting us to protect their rights are the bad guys. They're the ones causing our nation to fall because if the people would just give up their rights and freedoms, we officers would solve the crime problem, solve the drug problem and we get America back on course. The other way is the Babylonian symbol. 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 And it's a pyramid with 13 Reihen Steine, which leads to a light eye look. This pyramid should be the perfect form of a state regime. where all the stairs and feet and feet to an all-seeing, over-washed eye eye. Over the pyramid are written, with 13 books written, the words Annuit chapters, what so much means as The birth is known as The birth is known. The foot of the pyramid is the date of 1776. Under the pyramid are written on a banner the words Novus Ordo Seclorum. A word from the Oxford University in England translated as Novus Ordo, Neue Ordnung. And Seclorum is the Latin word for secta, or mystic and godless. The banner itself has spaltees and they symbolize the spaltees, with the new world order to sell us. On the right side of the Schein is the back side of the bamelonian Siegels abgebilded. It's a phoenix-fogel. On his breast is a shield with 13 vertical stripes. Over his head is another banner with the words E puribus unum to see. Also a phrase with 13 bookstaben, the so much meaning as As many make we one. The phoenix trägt in his right right side a Akazien-Sweig with 13 blittern and 13 beeren. Symbolisch for erzwungenen Frieden unter Satan. And in his left side trägt er 13 Speere. Symbolisch für die zerstörerische und militärische Macht des Teufels. Gekrönt ist das Ganze mit einem erleuchteten Kreis, in dem 13 erleuchtete Pentagramme in Form eines David-Sterns stehen. Diese zwei Symbole auf dem Dollarschein enthalten weitaus mehr Informationen, als ich hier beschrieben habe. Aber es reicht zu zeigen, dass die neue Weltordnung mehr ist, als nur ein Spruch. Die diesjährige Bilderberger Konferenz soll durch Verzweiflung und Ratlosigkeit der Eliten gekennzeichnet gewesen sein. Das berichtet Journalist und Autor Daniel Estulin. Die Krisenherde in der Europäischen Union seien zu zahlreich, als dass sie gleichzeitig bewältigt werden könnten, berichtet der Journalist im Portal Propagandafront. Um die weiter anwachsende Krise zu lösen, schlage die EU-Regierung als Teil eines weitreichenden Planes eine gigantische Machtergreifung vor. Sollte diesem Plan zugestimmt werden, werde die EU-Regierung in Zukunft die Regeln festlegen und die einzelnen Nationen abstrafen, die die Regeln brechen. Das könne geschehen, indem man den Ländern das Stimmrecht entzöge, so Estulin. Unser erstes Interview ist mit einem ehemaligen Beamten, der wegen seiner jahrelangen Tätigkeit im australischen Geheimdienst anonym bleiben muss. Viele Menschen glauben, die neue Weltordnung ist der Zustand der Weltpolitik nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Kommunismus. Stimmt das? Nein. Die neue Weltordnung ist der Versuch einer Gruppe Internationalisten, einer selbsternannten Elite, die ganze Welt zu kontrollieren, durch eine von denen aufgebaute Weltregierung. Sie wird diktatorisch sein, nicht demokratisch gewählt und da sie nicht gewählt werden, brauchen sie auch keinen Rücksicht davon zu nehmen. Ein sogenannter Polizeistaat. Sie brauchen auch eine Weltarmee, eine Weltwährung, eine Weltreligion, eine Weltkultur, Privatbesitz wird nicht mehr toleriert und jeder Mensch wird registriert, bekommt eine Nummer und diese Daten werden auf einem Weltzentralkomputer gespeichert. Eine Weltarmee, haben sie gesagt. Wenn die ganze Welt vereint ist, wozu brauchen wir dann eine Armee? Wir brauchen keine Armee. Die Elite braucht eine Weltarmee. Wenn die Völker, wenn die Menschen gewusst werden, was die Elite mit uns vorhat, dann wird es überall Bürgerkrieg geben. Und sie werden wahrscheinlich in Deutschland schwarzafrikanische Soldaten bekommen, wir in Australien wahrscheinlich türkische Soldaten und so weiter, so wie die Blauhilme heute. Dann haben sie eine Weltwährung gesagt. Welche Weltwährung bekommen wir denn? Yen? Dollar? Euro? Nein. Die Welt wird bargeldlos. Wir werden alle mit Smartcards arbeiten und jeder Pfennig, den sie dann ausgeben, wird registriert. Eine Weltreligion. Es gibt nur den einen Gott. Manche Menschen werden meinen, eine Weltreligion wäre ganz vernünftig. Sie müssen wissen, dass diese Elite keine Moral besitzen. Die sind auch nicht christlich noch islamisch. Sie stellen Satan und Gott gleich. Eine Kultur. Was ist denn aus der multikulturellen Gesellschaftsidee geworden? Ja, wenn die Grenzen und die Nation verschwinden, verschwinden auch dann die Kulturen. Der Sinn der multikulturellen Gesellschaft ist sowieso eine Monokultur. Eine Mischgesellschaft, wo die Menschen das Zugehörigkeitsgefühl für ihre Nation verlieren. Und damit sind sie auch leichter zu kontrollieren. Wie wird Privatbesitz weggenommen? Privatbesitz wird wahrscheinlich nicht weggenommen, es wird nicht mehr toleriert, sondern es wird durch extrem hohe Gebühren, so wie Wasser und Müll und hohe Steuern unmöglich gemacht werden, es zu halten. Sie sagen, alle Menschen werden nummeriert und die Daten auf einem Zentralkomputer gespeichert. Können Sie mehr darüber erzählen? Ja. Jeder Mensch wird registriert, bekommt eine Nummer mit 18 Zahlen und diese Daten werden dann auf einem Weltzentralkomputer gespeichert. Allerdings, die Technologie für die Implantation von Mikrochips unter der Haut besteht schon. Und die ersten Versuchsmenschen, 6000 Menschen in Schweden und Großbritannien, tragen schon bereits diese Mikrochips unter der Haut. Wenn das alles tatsächlich eintritt, werden wir dann endlich Weltfrieden haben? Nein. Wie ich sagte, wenn die Menschen bewusst werden, was mit uns gemacht wird, dass wir als Sklaven gehalten werden sollten, dann wird es überall Bürgerkrieg geben. Eine Weltregierung bedeutet keine Weltfrieden. Das alles klingt sehr fantasievoll, aber gibt es denn überhaupt Beweise dafür, dass die neue Weltordnung mehr ist als nur ein Spruch? Oh ja. Diese sogenannte Elite ist sehr eitel und genau wie zum Beispiel die Nazis haben sie ihre mystischen Symbole und die werde ich Ihnen gleich zeigen. Oh ja. 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 Vielen Dank.